Continue Point Äh, jetzt war ich grad kurz verwirrt Oh Geister Oh, hier ist die nächste Box Lass mich in Ruhe Ach, diese Steuerung, ey! Ich glaub, ich hab nen Fanclub Muss ich die jetzt besiegen, die? Oder kann ich das nur als Monster? Werd ich hier wieder zum Monster oder ist das was anderes? Diesmal Aber eigentlich ist das hier jedes Monster-Level Oh, ein Ninja Irgendwie interessiert sich das, die Fächer hier nicht Oh Ich wollt grad sagen, wie viel hält der eigentlich aus? Da schweben nur die Geister rum Äh, von da kam ich, glaub ich Kann das sein? Oder kam ich von da? Ja, ich glaub ich komm von hier Gucken wir mal Hier ist nichts Okay Wieder ein kleines Mädchen Ganz harmlos und süß und lieb 40 40 brauch ich hier, okay Das konnte ich eben nicht lesen, wie viel da genau steht Gut Dann ging Wiii Wasserrutsche Oh Das war gemein im Dunkeln, da hab ich die nicht gesehen Das spielt schon manchmal unfair Ich bin nur ein kleines Kind Oh Oh Aua! Man sollte meinen, mit dem Buchstab habe ich eine große Reichweite und könnte zwei Gegner auf einmal auch angreifen. Aber das würde ja auch nur Sinn machen, ne? Ich glaube, die Spinne ist ein bisschen doof. Ah, also. So. Hallo, nimmst du das vielleicht mal mit? Au. Ach, Mist. Geht doch. Ach. Kannst du das vielleicht mal mitnehmen? Danke. Also, jetzt war ein dummes Kind. Habe ich noch nie erlebt. Äh, habe ich denn jetzt alle? Ja. Huch. Ja, continue. Ich will weitermachen. So, wieder zurück. Oh. Mein Laptop muss einmal angeschlossen werden. Kleinen Moment. Ich habe hier viel zu viele Kabel. Das war der Controller. Hoppla. Ups. So, kann man an die Steckdose. Gut. Das wäre geschafft. Und weiter. Äh, wo komme ich nochmal zu den 40? 40er Tor. Da unten waren die 30. War das das Tor hier irgendwo? Oder musste ich wieder zurück? Ich bin doof. Gut, gehen wir da nochmal durch. Ach nein, doch. Das war der richtige Weg. Ha, ich bin doch nicht doof. Na, so ein bisschen doof bin ich schon. Äh. Das war voll gemein. Da ist das. Continue Point. Ist hier rumherum noch irgendwas? Ich habe bestimmt schon wieder irgendwo einen Traumschlüssel vergessen oder übersehen. Gut. Wenn man wirklich zu blöd zum Einsammeln ist, ne? So, wo geht's jetzt hin? Ähm. Okay. Ach, ich wollte gerade aus dem Weg gehen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was vergesse ich jetzt schon wieder? Was? Gehst du da? Gehst du da? Du bist ein Ninja und kommst da nicht rein. Was ist denn das für ein Mist? Jetzt. Ich verstehe es nicht. Das wird eine Weile dauern, bis wir durch dieses Spiel durch sind. Das ist traurig. Da ist dieses Wasserloch. Hi. Hui. Eine Rutschpartie. Schon wieder. Hallo. Hallo. Danke. Dummes Kind. Du bist ein Kind. Ich muss dir doch irgendwas übersehen haben. Oder ich hab da hinten irgendwas vergessen, wo ich jetzt wieder zurückgehen muss. Das gibt's doch nicht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich mich so doof anstellen kann immer. Das liegt an diesen alten Spielen. Sage ich jetzt einfach mal. Das liegt nicht daran, dass ich mich blöd anstelle. Das liegt einfach daran, dass diese alten Spiele so doof sind. Die sind doof gemacht. Das wird's sein. Das kann unmöglich meine Schuld sein. Wenn ich's mir dann lange genug einrede, glaub ich's vielleicht irgendwann. Hm. Ach ja. 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 Das passiert, wenn man bei seinen Eltern aufnimmt. Mein Vater kam gerade rein. So. Wo muss ich jetzt hin? Ist hier noch irgendwas, wo ich hin muss? Hier ist wieder der Monster-Bereich. Da ist immer noch eine Sackgasse. Wo muss ich denn jetzt hin? Was hab ich denn jetzt alles? 49 Munde, 40 von diesen Zahnrädern. Ich hab einen Wing. Das gibt's doch nicht. Oder muss ich noch weiter zurück? Oh, ist das doof. Oh. Das muss hier doch irgendwo noch einen Wing geben. Ein Wing. Wings. Keine Ahnung. Da war er schon befreit. Okay. Sollen hier doch zwei Wings sein. Wo ist denn der zweite? Da war doch eben nichts, wo es weiter ging. Oder bin ich doof? Gucken wir doch mal. Okay. Okay. Mal sehen. Hier schwören nur die Geister rum. Au. Dummes Mistvieh. Da geht's runter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo muss ich denn hin? Wenn ich hier runtergehe, ist hier nichts weiter. Ach so, dass wir die Geister hinterherlaufen. Hier ist ein Moment, wenn man keine Orientierung hat. Ach, ist sowas doofes, ey. Nochmal, die Wasserrutsche bringt ja eigentlich auch nichts. Da bin ich jetzt auch schon zweimal durch gewesen. Hier ist nichts mehr. Das gibt's doch nicht. Hier ist nur noch die Box zum Verwandeln. Und hier geht's wieder hoch. Also. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah. Und das mich hierhin pottet, vielleicht muss ich dann wieder ganz zurück zum Anfang. War da noch ein Wink? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal. Versuche, es ist wert. Hier ist nichts. Da hinten ging es so zur Monsterverwandlung. Das weiß ich inzwischen. Das habe ich mir gemerkt. Hier ist immer noch eine Sackgasse. Hm. Und das hier war doch der Anfang vom Friedhof. Ja. Hier geht's nicht weiter. Ich komme hier ja erst weg, wenn ich alle Rings gerettet habe. Oh. Was ist denn das für ein Mist? Wo muss ich hin? Ah. Das gibt's doch nicht. Ja, Monsterverwandlung. Wieder zurück zum nächsten Part. Dann gibt's doch noch so fandom- aber dann bin ich heute gorgeous. Und dann ist das ja auch drin. es kann auch immer noch mehr sein. Und das sind ja das sind ja noch gerade sixthassen. Und das ist ja auch so third generation glut. Weil es wurde so finest30 Prozent. Und das ist ja auch wirklich wichtig. Und dann Iraqi's selbst oben da wird. Und jetzt kommt man sich mais juste.